Hallo und seid gegrüßt meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind mal wieder unterwegs auf der ProMod 266. Ich habe einen schönen Kögelaufleger von unserem Freund Dotec und ja, einen ganz normalen Mercedes-LKW. Na, ganz normal ist er nicht. Das ist der Actros, der ein bisschen tiefer ist, aber nicht von Dotec, sondern ein anderer Mod. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich den habe. Und ja, wir werden heute von Frankfurt am Main Richtung Erfurt fahren auf der ProMod. Und das ist ja, naja, ich sag mal, der Bereich, der ja von der ProMods-Team hinzugefügt wurde. So, da ist er, der LKW. Schön, ne? Dann lass uns mal hier eine Runde starten. Actros ist am Start. Oh, der brummt aber ordentlich. Das ist ja hier wieder ein richtiger Brummer. Ja, dann brummen wir mal einfach hier ein bisschen so lang. Ach, schön. Tiefer gelegt ist er. Und wir sind ganz schön oft mit Mercedes jetzt momentan unterwegs, ne? Was ist da los? Ja, dann ist es so, ne? Ah, hier diese großen Kabelrollen, die wir jetzt hier oben auf den Kögel-Aufleger haben. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. War nicht irgendwas auch mit Kögel gewesen als Auflegerhersteller? Ich weiß es jetzt gar nicht. Na, naja. Ich hab, ey, ganz ehrlich, ich krieg hier manchmal gar nichts mehr mit. Oder es sind so viele Sachen, was SDS alles noch so bringen möchte, dass ich da komplett manchmal raus bin. Ui, ich bin ja schon weit auf die Straße hier fahren. Äh, unpassend, ne? Naja, jetzt halten sie alle Bede. Naja, wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Jetzt sollten wir ein bisschen auf den Bürgersteig fahren. Ja, danke dafür, dass du angehalten hast, mein Freund. Ja, gut. Schön auf dem Bordstand rum. Ah, los, komm. Ach. Der ist aber laut, ey. Jeder LKW, jeder Mod ist irgendwie ein bisschen anders. Ja, was willst du machen, ne? Ah, ihr wollt ja auch ein bisschen Motor hören. Oh, das ist richtig komisch. Wir sind auf der ProMods, trotzdem fahren wir hier auf der Standardkarte, ne? Aber ich hab ja schon in Rostock gesehen, dass die Jungs und Mädels von ProMods da noch ihre Ideen noch mit einflossen oder einfließen lassen haben. Gibt es eigentlich auch so einen Rückfall-Mod? Ja, also, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto irgendwo anhalte, dann geht automatisch die Parkbremse rein, ne? Das holt, ne? Ist das so? Ich weiß gar nicht. Müsste es eigentlich für LKWs auch geben, ne? Die sind ja auch alle nur mit Automatik unterwegs. Oh, jetzt werden wir... Jetzt wird doch bestimmt ganz schön radieren, bis wir hier hochkommen. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ich nehme das alles hier am Sonntag, den 10. auf. Am 10. September. 23-falt Leute. Ein paar Jahre später sich das angucken. Man guckt ja nicht immer so genau auf das Datum, wann wurde das Video veröffentlicht. Gerade wenn ich manchmal Videos im Vorab aufnehme, sage ich ja eigentlich immer, wann was ist. Aber ich muss mal jetzt bei den Einstellungen die Audios mal ein bisschen runternehmen hier. Das ist, äh... Der Motorsound ist doch ganz schön heftig. Das ist... Vielleicht kriegt ihr das gar nicht so mit. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist für euch. Ah ja, gucken wir mal. So. Kann ich nämlich nicht in Ruhe quatschen, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit immer... Ja, werde ich vielleicht auch immer mal ein bisschen so reinbringen, weil ich es manchmal merke, wenn ich irgendwie mal eine Sache erzähle, ich könnte mir das und das vorstellen, und dann kommt dann halt manchmal so ein kluger Kommentar, äh, SDS hat das doch schon längst gesagt und dies und das. Und dann sage ich, ja, wann habe ich denn das Video rausgebracht? Das ist schon ein Vierteljahr her oder noch länger. Äh, das... Ja, das ist halt immer schwierig. So, wir fahren ja erstmal hier einen Außenbezug von Frankfurt am Main rum. Das ist wirklich sehr schön gestaltet. Aber was ich jetzt, äh... so sehe, dass irgendwie gar nicht so großartig jetzt noch kommt von SDS, also an Infos, wo die Reise hingeht beim nächsten Na, toll. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt stehen wir hier und der LKW kommt nicht hier rum. Oh, jetzt staut sich das hier alles. Der jetzt nicht rumkommt. Ah ja, gut. Dann machen wir einfach mal schnelle Katze. Geht nicht anders. Ey, ich bin so froh, dass ich diesen Fly-Modus hier habe, ey. Dass ich hier mal ein bisschen so hin und her fliegen kann. Das hier. BMW. Gut. Naja, mal gucken, was dieses Jahr... Die haben ja jetzt auch gesagt, dass gerade in Bezug auf dem DLC Westbalkan ja auch noch zwei italienische Städte hinzufügen. Oder besser gesagt, die gibt es schon. Nochmal überarbeiten. Ja, macht natürlich Sinn, dass ich denn von Mittelitalien, also Ancona und ein bisschen südlich von Italien ist ja Bari, dass man da eine Fährstation mit einbindet und dann in dem Zuge auch ja, die Überarbeitung der Stadt nochmal anfasst. Also so hundertprozentige Änderung der Stadt ist es jetzt nicht, ja. aber es ist schon eine Anpassung auf den Niveau, wo wir uns jetzt mittlerweile befinden von SCS. Muss man ja auch einfach mal sagen, es entwickelt sich ja immer so ein bisschen weiter. Nur meine Videos werden nicht besser. Da hat sich, glaube ich, über die letzten Jahre nicht viel geändert, wenn man jetzt so mal schaut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Oldschool, was ich jetzt hier mache. So eine Lkw-Fahrt, Commentary, das habe ich zum Beispiel früher immer, wenn man so eine Commentaries, wo dann welche so über ein Gameplay gelabert haben und dann einfach ganz kurz über das Gameplay und dann Endeffekt dann über andere Sachen, so was in der YouTube-Bubble so los war oder irgendwelche Besonderheiten vom Spiel, was hat sich denn geändert und was gibt es denn Neues. Und das ist ja bei mir im Endeffekt ja auch so. Wenn man sich die Videos immer so nach und nach angeguckt, dann mache ich das immer noch, sagen wir mal so 2018, 2015, 2018 so. Ich fahre, quatsche über das Spiel und dann so alles rundherum. Also ich bin stehen geblieben mit der Entwicklung hier auf YouTube. Ja gut, eine Sache hat sich ja definitiv geändert, dass ich noch andere Bereiche hier anschaue, also andere Spiele darauf auf richtig viel Spaß habe. Momentan hat natürlich meine Fritzbox immer irgendwelche Macken, dass die Abend immer mal sagt, leck mich mal, ich mache mal ein Reset. Ich nehme es hier am Sonntag auf, ich hoffe, ich habe das gefixt, Sonntag in der Nacht, nach dem Livestream. Das war so ärgerlich. Naja, was willst du machen, da hilft manchmal nix. Wartest du auf der roten Ampel? Auf der roten Ampel? Äh, an der roten Ampel. Guten Morgen, Marie. So. So, dann fahren wir mal hier schön rum. Aber ich verstehe es immer noch nicht, warum sich noch so viele Leute für den LKW-Simulator interessieren, dass die sich die Videos nur angucken. Es ist nicht mehr so wie früher, muss man ehrlich auch sagen. Und ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Spiel, was so ein bisschen den Eurotrack-Simulator nicht quasi den Rang abläuft, aber wo man dann noch eine gewisse Alternative hat. Welches sein könnte, mal schauen. Weil ich fühle es jetzt eigentlich mehr, wenn es natürlich die Fritzbox zulässt, irgendwie einen Livestream zu machen, habe ich irgendwie viel mehr Lust drauf. Aber wenn ich dann so sage, ich mache jetzt nur noch live, gut, dann würden wahrscheinlich in der Woche nicht mehr zwei oder drei Livestreams, vielleicht vier Livestreams sein. Vielleicht wird sich das irgendwo mal in die Richtung entwickeln. Oh. Was ist denn da los? Ach, guck mal hier, das Navi geht gar nicht. Das ist aus. Ich bin mir jetzt erst aufgefallen. Ach, ein Überschlag, das kennen wir doch, ne? Das hatten wir doch erst. Ein Überschlag auf der Autobahn. Ja, das ist doch herrlich. So, jetzt schauen wir, müssen wir jetzt hier erst mal runter und dann geht es auf die Autobahn. Ach, ja, genau. Aber so ganz entspannt, wie ich heute hier fahre, ne? Richtig schön gemütlich. Wo kommt einer? Nö. Ah, so entsteht die Autobahn. Die A71 Richtung Erfurt. Fahr ich jetzt eigentlich nach Erfurt? Ja, ich glaube schon. Ja, ich will die Region hier auf der ProMods auch so ein bisschen abfahren, um dann später, wenn hier Deutschland einen Großteil überarbeitet ist, was man dann gleich sieht, pass auf, das und das hat SCS, oder besser gesagt, die ProMods, oder das ProMods Team, neu hinzugefügt. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich finde es auch gut, die Leute von der ProMods, wo ich hier die Preview gezeigt habe, die Vorab-Version, dass sie dann bei den Kommentaren auch mitgemacht haben, da nochmal ein Löbchen, dass sie sich das auf jeden Fall angucken. hier gemütlich noch auf neuen Content hier jedes Mal kriegen, zusätzlich, muss man ja sagen. So, was haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt, äh, ja, es sieht gut aus. Also von der Zeit her liegen wir im Rahmen. Jetzt ja auch nur, glaube ich, 240 Kilometer, das war jetzt nicht so viel. Aber lieber mache ich ein bisschen weniger und dann fahre ich nicht immer wie die Axt im Wald, das ist ja auch immer, kriegt man einen Anranser von euch. Wenn ich hier wieder so fahre, wie hin zum Kunst. So, was ist mit dem LKW hier? Angehalten, ohne Trailer, unterwegs verloren. Soll es auch schon mal gegeben haben. Das muss auch knallen. Fährst los, ohne Anhänger. Mit dem Sattel aufliegen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Achso, das wird ja auch nicht mehr so lange dauern, da werden wir den Alaska Truck Simulator ja sehen. Soll ja jetzt auch noch irgendwann kommen. Gehe ich aber nicht davon aus, dass dieses Spiel in irgendeiner Form den Euro Truck Simulator gefährlich werden könnte, denn dieses Heavy-Dings-Booms hab's mal ausprobiert, äh, ist nicht mein Ding. Dann aufs Reinhentrack-Semulator denke ich, dieses Jahr wird's nischt werden. Aber da ist ja noch dieser andere Schwert-Transport, was von OTA irgendwie übernommen wurde oder auf der Basis ist. Ja, ich denke, da werden wir bestimmt den einen oder anderen Live-Stream wieder machen. Also ein paar Simulationsspiele kommen aber nicht die großen Knaller im Bereich vom LS oder Euro Truck Simulator oder was für sich. Da werden wir wahrscheinlich dieses Jahr eher die zweite Riege von Simulationen oder dritte Riege sehen. So, ach, das ist, das läuft ja wieder hier. Jetzt ist schon wieder die Autobahn hier gesperrt. Ah, ich gucken hier. das funktioniert so aber nicht. Ah, das ist ja schon wieder. Muss ich jetzt aber irgendwie anders agieren. Ach, als wir den Hubschrauber müssten wir hoch und wieder runter, war. Ah, das ist schon wieder sehr, sehr das wurde natürlich nicht gemacht, ne? sowas machen wir ja nicht. aber ich dachte, die Gunst nutze ich jetzt einfach mal. Ich habe immer noch vergessen, hier dieses Ding rauszunehmen. Äh, diese Leitungsdinger. Naja, was soll's. Ach. So, jetzt kruseln wir erstmal. Ein schwarzer Passat, ist der neu im Spiel? Und bremst der umgeht oben die Bremsleuchte nicht. Wie sie das alles so durchgesetzt haben, dass die Bremsleuchten noch eine dritte Bremsleuchte, das war ja die wo die ersten, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller die dritte Bremsleuchte drin hat. Ich weiß nur, dass ich in meinen Trabi damals auch noch eine dritte Bremsleuchte unbedingt reinmachen wollte. Äh, hab ich auch. Ja, das am Rhein-Klube beim Trabi war das. Und bei meinem Golf dann auch. Der Passat hatte das glaube ich schon. Der 3BG hatte denn eine dritte Bremsleuchte? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt? Auf jeden Fall war das eines der Sachen, die ich toll fand zu damaligen Zeit. Also der Golf, da habe ich es definitiv nachgerüstet. Irgendwie wurde es am Dachhimmel herangemacht und beim Trabi war es glaube ich unten habe ich irgendwie so ein Podest gebaut und dann das dann irgendwie so drauf gepackt. Irgendwie so war das. Das ist schon ziemlich lange her alles. Wo ist die Zeit geblieben? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach guck an, wir sind gleich da. Guck mal an, wie wir in der Ferne unterwegs sind. ich muss sagen, ich finde das mit dem Mod hier total super. Wenn man mit diesem hoch skaliere, was ich damals gemacht habe. Also den Verkehr, das immer wieder Autos, bei den anderen waren ja da manchmal LKWs über LKWs, zack, zack, zack. Ja, was haben wir jetzt eigentlich für den Tag? Montag früh gute Mischung, läuft super und wenn man schon hier diesen Polizei Mod drin hat, also dieses Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr unterwegs sind, das ist nicht übertrieben, ist das immer wieder, das war ja, man skaliert ja dann gewisse Fahrzeuge einfach nur das Vierfache und manchmal kamen ja viermal hintereinander Polizeifahrzeuge, das sah alles so doof aus. So, gut, wir fahren jetzt ab Richtung Arfurt, sieht schön aus, ne? Ah, habla, Bus, äh, ja, die haben jetzt irgendwie ganz schön ein Problem mit diesem Bus Unternehmen, ne? Die Flixbus und so, wenn die 49 Euro Ticket sollen die ganz schön am Rudern sein. Also läuft ja. da hinten ist die Polizei und wir sind gleich am Ziel. Der wird gleich nochmal die Sirene anmachen. Weiß nicht, ob denn auch das oft die die Sirene anmachen, das auch eine Auswirkung hat, wie oft man oder wie hoch man das skaliert hat. Aber wie schön wäre es jetzt einfach mit dem Bus mal hier rum zu kursen. Das werden wir definitiv auch mal wieder machen mit einem Bus eine Runde fahren. Ja, auf jeden Fall eine ganze Weile aus die Sirene. Und ich glaube ab Oktober werde ich Herbst und machen wieder. Ach, der ist hinter mir. Nein, fahren wir einfach mal oben hier. Ich hoffe nicht, dass er hier hinterher will. Nee, gut, Glück gehabt. Oh, es war doch eine schöne entspannte Tour. Nicht so schnell gefahren, sehr ruhig. So, wo müssen wir jetzt abliefern? Ach, hier an der Seite. schön. Mal gucken, was so hinaut. Na ja, so halbwegs, es haut ein bisschen hin. Ist ja gut. So, aus der Probe-Perspektive abgegeben. Ja, war eine schöne entspannte Tour. Aber ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt. Vielleicht am Freitag oder am Donnerstag. Ich weiß es nicht. So, ja, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder beim nächsten Livestream. Und wer es noch nicht gemacht hat, lasst einfach ein Abo da. Dann werdet ihr noch ganz viele unterschiedliche Spielchen gesehen. Bis dahin mache ich ein Fisch und sage, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay.